Wir müssen aufhören, alles nur schlecht zu reden. Wir müssen vor allem auf die positiven Seiten verweisen, denn die sind das Fundament und die Basis dafür, dass wir das Ziel erreichen, Österreich wieder zurück an die Spitze zu bringen. Das ist ein guter Hinweis und ich möchte allen Interessensvertretungen ins Stammbuch schreiben, seien sie nicht weiterhin Teil des Problems, seien sie Teil der Lösung.